Gedanken können dir den tag versauen die sonne scheint dein gehalt ist angekommen und plötzlich denkst du darüber nach was passieren würde wenn deine eltern sterben einfach so Mieses kopfkino und diese gedanken kriegst du kaum ausgeschaltet egal zu welcher uhrzeit wenn du pech hast raubt es dir den schlaf wer kennt das Das muss nicht sein der meister der achtsamkeit peter bär erklärt im heutigen video Mächtige techniken die schon buddha genutzt hat mit denen du deine gedanken kontrolliert Und am ende gibt es eine richtig geile challenge ich habe auch schon mitgemacht viel spaß Hallo ich bin peter bär ich bin psychologe ich bin autor mehrer fachbücher ich bin gründer der achtsamkeit akademie Und ich freue mich riesig dass ich hier auf diesem kanal sprechen darf Und vor allem dass ich dich über dieses eines unglaublich wichtige thema sprechen kann denn ganz egal ob du ein glückliches leben Oder kannst du ein glückliches leben fürs ob erfolgreich bist und nicht erfolgreich bist egal ob die gesund oder ob es gerade in deiner gesundheit Egal ob du glückliche beziehungen führst du denn nicht egal ob du glücklich bist oder nicht Hängt von dieser einen großen komponente hat in die er in der es in diesem video geht und das sind deine gedanken buddha hat einmal zu passen gesagt deine gedanken Formen dicht du wirst was du denkst james allen hat zu passen gesagt deine gedanken haben dich dorthin gebracht wo du jetzt bist und deine gedanken werden dich dorthin bringen wo du morgen sein wirst durch die problematik mit unseren gedanken ist eigentlich im grunde genommen die und vielleicht kennst du das aus seinem alltag dass die gedanken dort sind wo sie eigentlich nicht sein soll entweder sie hängen in der zukunft in irgendwelchen tagträumereien oder sie hängen in der zukunft und wir malen uns zukunftsszenarien aus die so nie eintreten oder wir machen uns selbst vorwürfe machen uns selbst reden mit uns selbst schlecht oder unser geist hängt in der vergangenheit und vergangenen erlebnissen an vergangenen emotionalen schwierigen situationen oder an anderen dingen das heißt unser tag und es konnte beispielsweise eine harvard studie vor kurzem wieder beweisen ist unser geist zu 96 prozent des tages völlig unbewusst und ist irgendwo in diesen szenarien unterwegs nur nicht dort wo das leben stattfindet und zwar im jetzigen moment präsent und was können wir tun oder was schlägt buddha selbst vor was wir tun können um dort wieder diese klarheit in unserem geist entwickeln um diesen ganz klaren geist zu haben der völlig präsent im jetzigen moment ist zum ersten die wichtigste erkenntnis dem buddha bei seiner erleuchtung erlangen hat war die dass unsere gedanken nichts anderes sind als ein weiteres sinnes eindruck und zwar inneres hören das heißt er hat erkannt dass wir nicht unsere gedanken sind dass wir etwas ganz was anderes sind dass unsere gedanken quasi nur ein produkt und das konnten die neuere wissenschaften zeigen ein ausdruck unseres präfrontalen kortex ist unser dass ein teil unseres großhirns und dessen aufgabe ist zu denken doch die frage ist wie gehen wir jetzt mit diesen gedanken um und buddha zeigt uns dort prinzipiell drei wege der erste weg ist wenn wir so in kleinen tagträumereien sind das innerlich oder äußerlich jammern oder den tag schlecht machen oder negativ reden sagt buddha okay wenn du diesen negativen bullshittalk in deinem kopf hast hat es nicht so ausgedrückt wie ich übersetze es in unsere sprache wenn du das in deinem kopf hast setz einfach einen positiven gedanken dagegen das heißt wenn du einen gedanken fasst von ich schaffte es nicht ich kann das nicht sagte einfach selbst mit einem positiven gedanken ging hey ich kann es ich schaffte es und nimm dafür deine situation wo du vielleicht manchmal negative gedanken hast der zweite schritt den buddha den menschen mit auf den weg gibt ist wenn es etwas hartnäckigere gedanken sind dann sagt er okay entwickle diesen achtsamen geist wo du deine gedanken beobachten kannst das bedeutet einfach zu gucken was macht dieser denkapparat den lieben langen tag im buddhismus gibt es diesen schönen sprichwort der heißt ihr meint is a good servant bei der bad master er ist ein guter diener aber ein schlechter meister was es bedeutet ist wir dürfen diesen schlechten diener den guten diener der zum meister geworden ist wieder einfach nur beobachten das macht meine gedanken ohne uns damit zu identifizieren ohne zu sagen ich bin diese gedanken ohne diesen unbedingt folgen zu müssen das ist eine befreiung von diesem zwanghaften denken weil wir dann sagen ja es sind gedanken da aber ich muss dem nicht unbedingt nachgehen das ist etwas was du entwickelst wenn du dich in achtsamkeit praktiziert und der dritte weg dem buddha uns mitgegeben hat ist wenn die gedanken aber richtig stark sind wenn sie schon fast zu zwanghaft sind wenn wir nichts anderes denken dann sagt er zähme deinen geist wie so einen bad server zu ein schlechter diener den du klar sagst halt stopp wenn diese gedanken wieder losgehen sagst du halt stopp eine klare ansage gegen seinen eigenen geist mit all diesen drei wegen sowohl mit dem gegensetzen eines positiven gedankens mit dem beobachten des geistes und der klaren ansage gegenüber den eigenen gedanken trainierst du deinen geist du strukturierst dein gehirn wieder um dass du ein bewussteres leben führst und ich habe jetzt für dich noch eine dritte schöne möglichkeit und zwar erstens oder eine vierte schöne möglichkeit und zwar erst mal einen youtube kanal gibt es dazu ein ausführlicheres video wie dein gehirn genau funktioniert und wie das abläuft mit deinen gedanken und wie du wieder meister vor allem über deine gedanken werden kannst das zweite wo ich dich auch herzlich einladen darf ist die jammer fasten challenge jammer fasten challenge ist elf tage wo wir auf alles jammern lästern nörgeln schimpfen verzichten dort sind in jedem jahr mindestens einmal 10.000 leute dabei die sich gemeinsam auf diese reise machen du bekommst ein komplettes seminar völlig gratis geführte meditationen und dort entwickelst du dieses bewusstsein für deinen geist damit du meister über deine gedanken wirst damit du wieder der meister bist und nicht deine gedanken dazu leite ich dich von ganzem herzen ein ich freue mich dass ich hier sein darf und wünsche dir einen wundervollen tag dein peter bär